In diesem Video versuche ich Merkluft durchzuspielen, während 5 AI Hunter mich dabei abhalten und töten wollen. Nachdem ich die erste Runde für mich entscheiden konnte, steht es nun 1-0. Werde ich es auch schaffen, diese Runde für mich zu entscheiden, oder werden die Hunter einen Ausgleich machen? Bleibt unbedingt bis zum Ende, denn es war wieder sehr lustig und sehr spannend, das Ganze aufzunehmen. Und außerdem, lauter YouTube-Statistik ist nur ein kleiner Teil der Leute, die mein Video schauen, auch abonniert. Also falls du noch nicht abonniert bist, abonniere gerne den Kanal, das würde mich riesig unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.